Oh, das ist aber schwer. Vorsichtig, das könnte noch glitschig sein. Also, glitschig? Ja, diese Schrift, so gel. Ich muss früh morgens raus zur Arbeit. Das ist das coolste Fäckchen, dass ich dich aufgelöse. Die ist ja cool. Bei mir kam der Nikolaus schon ganz früh. Die ist cool, ne? Ja, genial. Noch mehr Lommi. Riesen Marzipan-Kartoffeln. Mein Riesen Marzipan-Boden und ein paar Kartoffeln. Kartoffeln. Ich auch. Yeah, cool. Happy Nikolaus. Happy Nikolaus. Happy Nikolaus. Happy Nikolaus. Happy Nikolaus. ちゃ,"Kartoffeln". Mannheim.